Oh nö! Verdammt, die leben ja jetzt wieder! Au! Fuck you! Was willst du von mir? Der Medikett? Ach du denn ganz da hättest du! Wie viel? Hahaha! Sagen wir in Sicht, der folgt uns dieser mal, oder? Hahaha! Ja, und jetzt? Ähm, wir sind weg. Also in zwei Sekunden, voll! Mann, ich hätt die grad alle umgebracht, Mann! Ja, klar! Da, wo du keinen Schaden hast! Du musst dir auch mal, ähm, leichte Mission machen! Ich hab nur die... Alter, was willst du von mir? Ja! Genau! So, hier, Missionen! Äh... Ein Schlüsselorangen, das tut immer gut! Wir können das da machen! Äh, los! Mach deine Karre auf! Zeit für ne Spritztur! Äh, los! Äh, los! Äh, los! Äh, los! Ein ganzer Automaten müsste schon in die Luft fliegen! Alles los, Alter! Äh, los! Ist das lustig? Mh... Was denn? Oh, ne! Kann ja gar nicht zielen! Mit Flugboss! Ey, ich führ die umbringen! Aaaaah! Wie fährt der, das ist ein langweiler! Oh, ja, da hinten! Hinten... Hinten leuchtet was! Oh, ja! Tja, Frischweiße! Ja, jetzt fahr noch nicht wieder weg! Da lag mal, da lag irgendwas leuchtendes! Fahr mal nochmal da hin! Was tolles ist denn bestimmt! Wo? Jetzt fährst du drauf rum! Ey, das ist ne Handkratze! Ich hab's... nein, das ist das Licker noch! Hahaha! War doch mitgegangen! Hoho! 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 Und auch gar nicht die Gersten fällt mir so auf! Äh, ja... Ah, doch! In Joghurt hätte ich heute! In Joghurt! Ja, in Joghurt! Du Player! So, ich verkauf jetzt mal ein paar Sachen! Ich hab hier so ne... so ne Feuer... ...ding wieder... ...mal zwei! So! Oh! Oh! Was ist denn das? Hilfe! Au! Ich schaff dann mal ein bisschen! Au! Alter, ich komm durch nichts! Was ist das nicht so rum, weil ich will mich hier konzentrieren! Hey! Ich werde niemals da! Was machst du denn, Junge? Was tut's denn? Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Joghurt! Wahnsinn! Oh ja, nächstes Level. Kannst du dich bescheuern was? Ja, mach mal. Oh, jetzt drückt er wirklich. Aua. Alter, wie viel gekommen denn da? Aua. Soll ich da, nein, das ist das Maximale. Könnte ich jetzt noch weiter Munition zu machen? Oder soll ich, ähm, eins, zwei, äh, die Weltgesundheitsregeneration für Verbündete in der Umgebung des Computers? Ja, keine Ahnung, musst du ja wissen. Fünf, ein Prozent pro Sekunde. Ja, dich geht's auch was an. Mach mir Schaden machen. Mach erstmal mehr Schaden. Mach erstmal mehr Schaden. Mach erstmal mehr Schaden. Nehm. 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 Ich hab's. So, ähm. Warte, warte ich bitte wieder. Ich brauch Hilfe. Machen wir dein Geschütz. Dein Alpha-Stack schon wieder. Was macht denn der hier? Ja. Überall. Die Schlage. Hahahaha, Alter. Mitten drin. Wo ist der? Da. Das ist Wasser. Komm zu meinem Geschütze hin? Ja genau, wenn der da sein Turbo anstellt. Was macht der denn? Achtung. Mach's gut. So, da. Ah, verbrennt er. Uh, uh. Woah. Okay, let's hit. Uh. Woah, da ist noch mal so ein komisches... Nappenwurm. Ah, ja. Let's try it there. Woah, warum ist denn da noch weiter? Wunder. Ulu. Sind wir weg. Dieser Vogel bringt der gar nicht. Lass meinen Vogel in Ruhe. Der geht weg. Das ist... Habt ihr denn für eine Innenwärtspistole, man? Die macht den Erfolg in Schaden. Eita! Was ist denn mit mir? So, den hast du, die ist eine Wiese, die da oben drauf kommt. Hehehe Boah... Wie ein Stress, ey. Wieder oben ist noch einer. Boah, Alter! Fick dich doch! Wieder sind nur zwei! Na, du überspring! Oh! Ob es mal hierher zu mir... ...geschützt, ob ich schickten kann. ...schick dich doch! ...schick dich doch! Oh, der ist ja ein Neustacht! Ja, der ist ja ein Neustacht! rein sammeln ja ja oh ne los ja, dann geht er dann hier auf das Toll man hat keine Kugel mehr und boah, mit mir auf den Kopf, Junge! mit mir in den Auge! stirb! das ist ein komisches dumme Viecher das ist die einfach nicht gespeichert das verlassen Sie an ich bin einfach too low ich weiß nicht, dass es fliegt von denen wo aber ey das ist aber ich will gerade nach dem Aussie ich bin ich bin es ist ich bin es ist 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 war Boah, er ist 15. Na du Arschloch. Ja, hier sind wir nochmal 50. Boah, ich hoffe, man hört jetzt echt den Heli, der bei uns rumkreist. Da ist gerade ein Heli am Rundkreis. Ach du Scheiße, fick dich da. Nimm den. Nimm den mit der Brille. Eins mal. Ach, dann nimmt er sich von der großen Waffenbox alles raus. Haha. Wer ich und Nel von sowieso da weitermachen. Sehr toll. Da ist wieder ein geiles rausgekommen. Oh Mann. Hoffentlich. Achtung, knallhartter Säure-Gag. Wow. Wow, 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 und ein Feuer. Alter. Noch nööööö. Und drop'ne anderehalte. Ich geh den Gold nicht zu verarschen. Aua, aua, ist ingen Ecke. Ja klar, lockt die doch weg, wenn wir die Sive offen bekriegen. Ja, ich hab den ersten down. Und! Warte! Schafft? Ja, und jetzt echt wieder hoch. Boah, das ist mega. Ich bin dort! Geile Aktion, Junge. Da weiß der, wer abgeht. Alter, schon wieder mal die ganze Munition weg für meine Pistole. Ja, hier sammelst du alles ein. Das ist nur Pistol, Muni, du Haffe. Ja, ja. Warum sind die immer so stark? Hilfe! Weg von mir, Alter, was gibt's heute? Ich blätzen kann, Nikl. Ja, klaut er mit den Kinn. Ja, super, guck mal neben mich. Alter, was war das denn? Nein! Ich häng fest, super! Alter! Ja! Ja, down! Ja, da konnte ich die irgendwie nicht mehr wieder beleben. Ich war so schnell weg. Oh, da ist noch einer, Alter! Da sind noch zwei, Alter! Willst du mich verarschen? Was ist denn das für eine asoziale Scheiße? Oh, da ist ja so eine asoziale Scheiße! Nur so riesige Arschröckchen, ne? Ja! Aaaaaaah! Stärke! Oh, noch einer! Mammamiega! Alter Schwede! Come on! Oh man! Skill! Wir sind noch welche, willst du mich verarschen? Was für welche? Wie für große? Nö, kleine. Ja, trotzdem ausgewachsen. Was machst du denn? Ja, irgendwas... Fuck. Irgendwas an dem Spiel ist einfach nur übel zu asozieren. Nein, das teilt mir jetzt fair auf. Hahahaha Du kriegst die Munition Was? Weißt du wie viele wir erst haben? 25 Meine Munition brauche ich nicht Wir haben gerade mal die Hälfte Brauchst du die Shotgun überhaupt? Weil sie jetzt einfach nur genommen Das war keine Shotgun hier Was war das? Das Ding Eifer? Nein das ist ein SM- Die ist stärker als das Ding Ja Ja Da haben wir auch immer so viel davon Ja ich weiß